Grüne Wiesen, Sonne satt und Weinberge, soweit das Auge reicht. Man kann das Bogenland in Österreich durchaus als Paradies für Weinliebhaber bezeichnen. Auch wenn das ein überzeugendes Argument ist, ist das nicht der einzige Grund, warum uns unsere Reise in das kleine Bundesland unweit der ungarischen Grenze führt. Zusammen mit unserem Partner Next 125 sind wir in unserer Serie To Market We Go auf der Suche nach den besten Märkten der Welt. Das bogenländische Klima lässt die Erzeugnisse aus der Region bei idealen Bedingungen gedeihen. Für uns also die perfekte Voraussetzung, um dem Besten, was das Bogenland zu bieten hat, auf die Spur zu kommen. Unser Guide, die österreichische Bloggerin Melanie Zechmeister, auch bekannt als Das Mundwerk, wird uns zeigen, wo ich die frischesten Lebensmittel der Umgebung finde. Der Markt der Erde lockt dabei als erster Slowfoodmarkt in Österreich Menschen von nah und fern an. Ich will wissen, was ihn und seine Produzenten so besonders macht. Auf geht's!